hier seht ihr schon es war ein neues video ja hallo es gibt ein neues overwatch event und zwar sturmzeichen und das werden wir heute mal spielen zuerst öffnen wir aber die geschenkte archiv loose box darauf freue mich schon ja lehnt ihr tracer lagebericht siehe gesichtet captain maximilian wagt sich endlich aus seiner deckung das ist unsere chance ein kinderspiel schwierig wird also trailer ein bisschen zusammen gefasst weil der relativ lang war ja ich bin jetzt genji ok das ist echt cool das ist noch nie so was gespielt weil ich auch schon nicht lang genug dafür habe so kann ich da hoch irgendwie ich glaube nicht oder so ja das ist ja easy alter also das ganze auf schwer gestellt das ist ja easy alter muss das gleich nochmal auf experten durchspielen so so easy gut öffne mal so ich gehe schon ein bisschen vor da vorne sind welche das war schön danke mercy danke mercy perfekt also es ist nicht schlecht gemacht das ganze ist echt cool ein hin so geht es mal die party ab okay tracer braucht hilfe okay oh oh ein anderer genji ein böser ist das ja gar nicht ups was 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 oh das hat sich richtig gelohnt das ist nur der buchhalter und unsere analisten glauben er wäre zu einem deal bereit was meinst du damit er wird reden ok da oben sind ein paar neue ja alles noch entspannt hier so wir haben aber recht viel leben tatsächlich aber wie sollte ich auf mich geschossen der kleine spaß hier so die ist weg nein mercy ist weg so er ist echt so cool ne oh minstern vielleicht ein paar schwierigkeiten was glaubt ihr wird passieren wenn man es nicht kommt sie haben gedroht uns die gesamte operation wegzunehmen morrisen und radios haben letztens oft darüber gestrichen was muss ich gar nicht richtig für uns könnte es dann auch vorbei sein nein nicht das ende von overwatch please not so komm ja die machen wir mal hier schön weg nein crazy it's crazy bestimmt oh fuck oh yes also die fetten die fetten sind krass nein nicht schon wieder ach komm ich war doch eben schon down ja danke danke nett von euch der ist echt cool mit diesem koop so ach da ist noch einer so sehr schön wir sind wieder online alles in ordnung bei euch so wir wissen wo max ist im küsten vor ihr werdet dort irgendwie das tor sprengen müssen zum beispiel mit einem laster voll sprengstoff wow okay das ist so geil alter holy shit steht ein laster mit sprengstoff herum ja na dann weitermachen warum vielleicht sich extra lebt da war das heizte vorwärts und jetzt wird er plötzlich schlammig das stimmt doch was nicht du bist hat die talen abordnung ziemlich durcheinander gewirbelt dadurch sind ihnen ein paar fehler passiert ist der putter für uns nur wenn wir ihn fassen das ist so geil diese bots zu spülen hier oh mercy is in trouble oder was da kommt verstärkung die sind richtig schön viele sehr schön gut die sind weg das ist ja die leichteste übung für mich alles gute kommt von oben so da oben auch weg alter mega easy scheiße oh 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 mercy ist auch weg scheiße jetzt muss winston mal hier scheiße winston ist auch fast tot okay okay mercy oh jetzt ist endlich mal zum ersten mal ein bisschen kritisch wir brauchen das ist doch nicht das ende so okay komm weg mit dir okay so ja 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 oh gott alter das war das ist so geil gemacht holy shit alter ich sag auch legit die ganze Zeit nichts anderes als wie geil das ist aber es ist so auch wo wo nein nicht schon wieder der tut wieso geht er auf mich okay aber ist auch die 18 ist weg das ist schon mal nicht allzu schlecht mit einer schaden relativ wenig tatsächlich und zweitmeisten der mitsch und zweitmeisten kürze auch okay okay wir sind direkt da ich mache den weg frei das ist mein bestes dafür ja das war eine oberstein nicer kill eigentlich ist einfach cool für sowas es ist so ein neues jungen ist mir gar nicht so wird es macht richtig bock so diesmal weg gut da kommt ein paar neue alles ein großer act hier soll ja nicht diese komischen assassin wiederkommen passt alles so sie ist weg und auch weg so die schafften sie mein ding die tracer die legt hier schon gut voran gott macht er viel damage danke man muss immer dann nachladen wenn ich gerade block ganz ehrlich finde ich auch so ziel von ihnen okay alles wird wauw das war's was Wohin so eilig, Max? Ist das wirklich nötig? Vielleicht können wir zu einer Einigung kommen. Wir sind nicht hier, um zu verhandeln. Einem Treffen. Ah, und wen würden Sie gern treffen? Mein Freund, die Welt begreift Visionäre wie uns nicht. Ich verstehe, was Sie erreichen wollen. Sie kämpfen für die Ehren. Das ist nobel. Aber aussichtslos. Mit Talons Hilfe wird sich das ändern. Sie haben meine Aufmerksamkeit. All right, man. Das war alles so geil. Ohne Spaß hat richtig Bock gemacht. Sehr schön. Dann, ja. Öffne noch die beiden Lootboxen. Nur Crap. Und. Ah, immer was Lianers. Ein. Skin, der ganz okay ist für Reinhardt, ja. Gut, dann würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bewert den Part. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein.